guten tag wertes volk ich kopiere einmal diesen youtube titel und jetzt gehen wir mal wieder auf ich habe jetzt auch nichts geklickt hätte mir damals gesehen damit er wieder verschoben hätte wieder jetzt wieder wie kommen wir jetzt hier runter ohne damit er jetzt eine neue seite auf macht schließlich haben wir jetzt oder ich habe das geschrieben oder so haben wir hier mal das rein da könnt ihr habt jetzt gesehen was ja wie diese sicht ist ich mache mir wieder meine tabtaste das letzte wort und wenn er denkt ich habe ein zimmerkollegen jetzt hier im zimmer der hätte auch ein dumm und fack irgendwas plappert ja kann man das so in der ansicht lassen wenn man nicht die wahl ziehen wollen täte aber ist mit prinzip Prozent ja und jetzt ich muss dazu schreiben Prozent auch dieses dieser Beitrag im Bilde eines Kommentars und wie du lämpt du mal so ja wie du lämpt und wird hier auch apple blam ich tut ich würde normalerweise kann ich auch pause klicken oder und dazu schreiben etwas vom werbebezug und wie es jemanden geben tut der schick im pfeil tief auch ein typisch selbstständig mal der Mann vom Ablösen und oder schon ist nur dort dort kann sich gerne melden meine werbung gibt die kostenlose das los ist die wahl der entscheidung ich bin mal gespannt wie die kommentare sein werden das los ist die wahl der entscheidung und da ist keine keine drei fragezeichen sondern ja auch richtiges ausrufe zeigen jetzt haben wir es gesehen ich habe nur ente gedrückt eigentlich aber als wieder markiert worden nicht von mir und dann war alles gelöscht aber jetzt werden wir mal antwort ist erstellen ja das sollte schwer nicht klein machen aber dankeschön 404 dankeschön fürs kommentieren so so